Erwachen im Licht der Freiheit Ein Erdsymbol für Eure Verbindung mit der höheren Ordnung dieses Planeten Erde. Ein weiteres Heilzeichen, das wir Euch übergeben möchten, ist ein von uns programmiertes Symbol der Erde und ihrer Seele Gaia. Auch Gaia hat, wie wir schon mitgeteilt haben, Euch bei Eurer Ankunft auf der Erde Kraft ihrer Liebe und ihrer Energie an ihre Informationen und ihr natürliches Matrix-System angebunden. Durch die Arbeit mit diesem Symbol verbindet Ihr Euch wieder mit der Erdenseele Gaia, mit all ihren Frequenzen. Ihr verbindet Euch mit Ihrem natürlichen Matrix-System. Ihr werdet wieder in das System dieses Planeten hineinpassen, wie ein Schlüssel ins Schloss. Ihr werdet Euch nicht mehr so fühlen, als hättet Ihr Eure Wurzeln verloren und als würdet Ihr nicht zu dieser Erde gehören. Ihr werdet wieder eins mit Gaia sein. Auch wenn Eure Seele ursprünglich aus anderen planetarischen und galaktischen Systemen stammt, habt Ihr Euch doch dafür entschieden, die jetzige Inkarnation auf dem Planeten Erde zu durchleben. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Euch in Eurem Leben mit der Erde verbunden fühlt, mit ihrer Schönheit, Kraft und Weisheit verbunden fühlt. Wir möchten Euch helfen, Euch während Eurer Inkarnation zu verwurzeln, sodass Ihr energetisch genährt und geschützt seid. Wir wissen, dass viele von Euch aus tiefstem Herzen den Wunsch verspüren, auf Ihren Heimatplaneten zurückzukehren. Wir wissen, wie stark Euch ein Teil Eurer Seele mit Eurem Heimatplaneten verbindet und dass Ihr Euch nach ihm sehnt. Macht Euch bewusst, dass Ihr Euch selbst für Eure Inkarnation auf der Erde entschieden habt. Denn wenn es Euch gelingt, alles aus einer höheren Perspektive zu betrachten, wird es Euch gelingen, Eure Existenz auf diesem Planeten in vollem Ausmaß zu erleben. Es gibt nichts Traurigeres, als wenn sich ein Mensch auf diesem Planeten einsam und unverstanden fühlt. Entscheidet Euch für ein Leben, das Ihr voller Energie und absolut verbunden mit der Erde und dem Planetensystem, in dem Ihr Euch befindet, erlebt. Ihr werdet die Aufgaben, die Ihr Euch vorgenommen habt, dann besser bewältigen können. Ihr werdet Eure normalen Lebenssituationen und Euer normales Alltagsleben besser bewältigen können. Dieses Symbol beschützt Euch mit der Kraft der Erde. Es verbindet Euch mit der Erde und gibt Euch eine Verankerung, die Eure Körpermaterie auf diesem Planeten braucht. Bei jedem Eure Channeling-Kontakte solltet Ihr mit der Erde verbunden sein, weil die Verbindung mit der Erde Euch eine erfolgreiche Verbindung mit den Lichtwelten sichert. Euer Körper braucht bei jedem Channeling-Kontakt die Sicherheit, dass er geerdet ist und dass Eure Seele und Euer Geist sich lichtvoll ausdehnen und nach Beendigung des Kontakts wieder erfolgreich in den Körper zurückkehren können. Wenn der Körper sich nicht geerdet fühlt, gelingt es Euch nicht, einen vollständigen Kontakt mit den entsprechenden Wesen oder Welten aufzubauen. Der Körper möchte spüren, dass er mit der Erde verbunden ist und dass die Erde ihn vor Einflüssen schützt, die durch ein unreines Channeling auftreten könnten. Der Körper schützt sich so vor möglichen Schwierigkeiten oder Angriffen von Entitäten, die ihm energetisch vielleicht schaden wollen. Das ist vor allem für diejenigen Menschen wichtig, die sich noch nicht so lange damit befassen, wie sie mit den umgebenden Welten in Verbindung treten können. Wenn Ihr gut geerdet seid, ist Euer Körper in der Lage, die Augenblicke im Hier und Jetzt in vollem Umfang zu erleben und in Eurem Herzen eine riesige Menge an Lichtenergie zu erzeugen. Mit dieser Lichtenergie könnt Ihr den lichtvollen Kontakt mit anderen Wesen, Euer Channeling, beginnen. Dank seiner Erdung kann Euer Körper dann aus dem Herzen einen starken Lichtstreit zu den Welten oder Wesen aussenden, die Ihr kontaktieren wollt. Und dank des geerdeten Körpers werden Eure Zirbeldrüse und Euer höheres Bewusstsein sehr gut Nachrichten empfangen können. All das ermöglicht dieses Heilsymbol. Dieses Symbol unterstützt Euch auch dabei, die Lichtchakren, die sich unter Euren Füßen befinden, stärker zu aktivieren. Die aktivierten, unter Euren Füßen befindlichen Lichtchakren empfangen die Weisheit und die Informationen Gaias. Sie verbinden Euch mit den Meridianen und Kristallstrukturen der Erde. Die Lichtchakren unter Euren Füßen sichern Euch den Zugang zu den lichtvollen Dimensionen im Erdinneren und zu den Lichtwesen, die sich im Inneren der Erde befinden und für diese inneren Welten zuständig sind. Sie verbinden Euch mit den Kristallinen Wesen, die für Eure Kristallreiche zuständig sind. Ihr alle wisst, dass Kristalle Eure Zukunft sind. In Eurer Zukunft werdet Ihr in fast allen Bereichen Kristalle verwenden. Auch Euer Körper besteht aus kristallinen Strukturen. Selbst Eure DNA und jede einzelne Eure Körperzellen enthält kleinste Kristallteilchen. Jede Zelle Eures Körpers möchte ihre innere Kristallsonne aktivieren, die sie in sich trägt und die durch die Manipulation der dunklen Mächte erloschen ist. Die Kristallstruktur Eures Körpers, deren zentraler Ort für ihre Entwicklung der Solarplexus ist, verbindet Euch mit den Kristallstrukturen der Erde und mit den Kristallstrukturen Eurer Galaxis. Alles, alles ist komplex. Alles ist vollkommen und perfekt. Alles passt zusammen und besteht aus Kreisen und ist geometrisch präzise angeordnet. Durch die Arbeit mit dem Erdsymbol gelingt es Euch schneller, Euch an alle Systeme Eures Planeten anzuwenden, weil wir dieses Symbol genauso wie alle anderen Heilsymbole und Zahlenreihen entsprechend programmiert und an morphogenetische Felder angebunden haben. Zweifellos heilen viele von Euch, die sich oft in der Natur aufhalten, auf natürliche Art und Weise und verbinden sich auf natürliche Art und Weise mit den Systemen der Erde, der Sonnenkonstellation und der Konstellation dieser Galaxis. Der Aufenthalt in der Natur gehört zu Eurer Natürlichkeit. Dieses Symbol der Erde ist für Euch gewissermaßen eine Hilfe für die Anbindung an die reinste Ordnung und die reinsten Systeme, die die göttliche Intelligenz erschaffen hat. Gleichzeitig bindet es Euch an neue, lichtvolle Systeme höherer Ebenen der Erde an, in die Ihr gerade einsteigt, an göttliche Systeme ohne Manipulation, an Systeme, die himmlisch und vollkommen sind. Es bindet Euch an Lichtinformationen an, die unablässig zu Euren Planeten strömen und Euch dabei helfen, erfolgreich in höhere Räume der Erde einzusteigen. Wir gehen Schritt für Schritt mit Euch voran. Wir möchten, dass Ihr die Komplexität Eures Lebens und Eures Seins versteht. Wir möchten, dass Ihr mit jeder Phase Eures Seins versteht. Euer System passt genau in das System des Universums hinein. Immer mehr nähert Ihr Euch dem System des Universums an. Ihr versteht, dass Euer reines Herz und eine reine Absicht Euch mit der Reinheit des Universums verbinden. Alles, was Euch liebevoll und lichtvoll macht, verbindet Euch mit dem Liebevollen und Lichtvollen dieses Universums. Eure Organe wollen sich vollständig an die Systeme der planetarischen Sonnenkonstellation und ihrer Frequenz anbinden. Jede Eurer Zellen will sich an die Schwingung der Lichtenergie anbinden, die sich überall um Euch herum befindet. Dazu reicht es schon, sein Denken und Handeln zu verändern. Namaste.